moin moin meine lieben leute und willkommen zurück auf meinem kanal zu einer weiteren folge medium das monster gerade wieder hinter uns gelassen eventuell haben wir es gekillt wir wissen es noch nicht denn wir haben einfach mal schätzes halber einen elektrogenerator auf ihn gehetzt und er wurde sozusagen im wasser ein bisschen verbrutzelt aber wie gesagt wir wissen nicht deswegen aus den ruinen sind wir raus und wir gucken mal wie es jetzt weitergeht so viele leute im wald kalt der bildschirm da ist doch hier trauer sadness 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 is that you hi marianne did you find what you were looking for i was hoping you could tell me sadness i need you to focus Was ist das? Denken Sie nach so weit wie du kannst. Was sehen Sie? Ist das ein Spiel? Ich bin Angst, nicht. Das ist wichtig. Hör. Ich weiß, was Richard getan hat. Er ist derjenige dich hier? Marianne! Es ist okay. Ich habe ihn weg. Er ist weg. Lilly. Lilly? Lilly. Das war dein Name. Erinnerst du? Alles, was passiert. dein Vater. Erinnerst du? Erinnerst du ihn? Ich erinnere mich. Mama. Oh, sie war so schön. Aber so sad. Just wie... du... 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 Nein, Marianne, ich kann es nicht verlassen. Nicht noch. Aber warum? Nicht du Angst? Das Monster? Ich bin. Aber es braucht mich nicht mehr. Es braucht dich. Und wenn es dich zerbricht, wenn es dich zerbricht, dann wird es endlich gehen. Aber... Es wird niemals voll. Es wird niemals zerstören. Dann lass ich dich weg. Damit wir beide gehen können. Ich weiß nicht, Marianne. Es ist nicht nur mit mir. Es ist dich. Ich weiß nicht, Marianne. Du musst dich erinnern. Der Traum. Der Feuer. Der Schmuck. Der Schmuck. Der Schmuck. Der Schmuck? Der Schmuck. Der Schmuck. Der Schmuck. Der Schmuck, Der Schmuck. Der Schmuck. Der Schmuck. Der Schmuck. Den Schmuck. Aber nach oben. 2 Puppen. Er muss schon eine andere Puppe mit meinemppehz oder so. Mal gucken. Mal gucken. Ein Holzpferd. Ja, bitte. Ist das alles hier drin? Na da, guck mal. Hells Angel. Mein kleiner Hells Angel. Wer ist hier nicht? Okay, nicht so kleine Werkzeugschuppen. Du warst hier. Das war dein Platz. Was ist hier passiert? Was ist hier? Und wer in der Hölle waren sie? Du bist eine zu sprechen. Das war deine gute Idee. Nein, sie sind bereits mit uns. Der Mann ist einer von ihnen, ich kann es fühlen. Okay, wir werden sicher. Komm schon, es ist fast. Eine von ihnen? Wer bist du von, Thomas? Das sieht aus, als ob es einen Pounder oder zwei aufhören könnte. Es fehlt noch einen Handel. Ah, guck mal. Die brauchen wir garantiert noch. Dun 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 dun. So. Auf den Toren angucken. Oh hey, ein Jönak. Naja, jemand hat einen guten Garten. Okay. Nicht so viel zu sehen. Gehen wir hier runter. Halt. Gehen wir runter kurz. Ja okay, man kann das Ding einfach hochheben. Hab ich mir schon gedacht, dass der Hebel auch da ist. Gehen wir hier an. Die Kraft ist weg. Natürlich kein Strom. Die Treppe da können wir auch nicht hochkommen. Aber... Ne. Ich hab's gedacht, dass da irgendwie... Das Stromteil war, aber warte mal. Wo war das denn hier irgendwo? Gehen wir mal raus und holen nochmal Strom. Hier muss es ja Strom geben. Da oben leuchtet jetzt zumindest irgendwas Rotes. Aber hier hinten, das sieht doch so aus wie so ein... Equipment da vom Strom irgendwie. Also wir können da hier nicht durch, aber vielleicht kann sie ja sie durch. Dann geht das nicht weg. Die Spirit ist in diesem Ort. Okay, damit können wir nicht durch. Es wird nie am Rost. Verrückt mich bei euch geschaffen. Ich muss gleich mal in der Zeitung. Ich muss zeigen was passiert. Hm. Das ist ein Schub. ok man muss noch mal heraus muss es ja was strommäßiges geben behaupte ich mal hier längst noch da rein guck mal hier ist das ding perfekt und da gehen und das teil auf sammeln wenn sie sich auf dem dötzfeld und wieder raus und dann zu diesem wagenheber jetzt ist die frau selbst ist die frau dadurch beide draußen gut es war dann es war das die antwort eine erinnerung Nicht nett, nicht nett, gar nicht nett. Okay, da kommen wir irgendwie so nicht rein, sie kommt so auch nicht rein, okay, ja, das war schon gut, wir gehen hier raus, so ganz sterben hier. Okay, ich glaube wir müssen nochmal, das macht jetzt nicht so viel Sinn da, da kommen wir irgendwie nicht rein, ich glaube immer nach vorne holen nochmal ein bisschen Energie, das können wir nochmal machen, glaube ich, vielleicht brauchen wir die nochmal, vielleicht aber auch nicht, wir machen es trotzdem nochmal, wir wollen jetzt mal ein bisschen was, ja los geht mal durch, wir holen sie mal vorne was, ne, holen wir jetzt nochmal so ein Ding, machen wir das Ding nochmal voll, bisschen tanken, ne. Zurück. Wir müssen überlegen, was wir gleich machen sollen. Mal zum brennenden Haus, also wir können auch hinten rum gehen, und zwar nicht direkt rein, sondern gehen hier einmal außen rum, da hinten sehe ich mich auch noch in irgendeiner Erinnerung, die schwebt da so ein bisschen, gucken wir uns das mal an. Weil so kommen wir ja nicht rein. Oh, da liegt das Prinzip, okay. Was ist denn das, ja, das ist eine gute Frage. Geht auf jeden Fall nicht weiter, ne. Da müssen wir alles untersuchen, gell. Was ist da weiter? Da ist noch ein Gartentor. Kleines Gartentor. Jetzt auf der anderen Seite weiter. Jetzt müssen wir doch nochmal hoch zum Haus, überlegen wie wir da reinkommen. Ne. Da ist eine Frage, was wir hier machen sollen. Ich denke, sie gleich so brennt. Das ist schon mal irgendwie verkehrt. Das würde nicht brennen. Warte mal. Da hinten kann man auch noch kurz das ausrücken. Kann man da nicht noch hoch jetzt? Wahrscheinlich, ne? Ne, ist jetzt dicht hier, okay. Ähm. Ich kann den Schutz leider auch nicht benutzen. Ich kann da auch nicht reinrennen oder so. Rein komme ich dann nicht. Das tut ja so, als ob sie brennt, ne? Ja. Warum kommen wir da nicht weiter rein? Ja, hier hat das Haus. Vielleicht gibt es nur noch einen anderen Weg. Da ist noch irgendwas. Was ist denn hier? Aha. Was ist denn hier? Ja. Das war ja nicht so cool. Okay. Wir sehen uns, wer wirklich ist. Du Scheiße. caste ein System, wannaschen? Ist auch ein Schätzliches Wasser da? Ja. Wie geht's dir sowas? Eigentlich ist es besser. Ja. Wird es eine Sache. Wärt's dir? Es geht es immer? Aber das versteckte. Das ist alles für dein. Und ich würde denken, ich habe eine Geist. Das mache ich eher an die Schäufer der Arbeiten. Okay, was haben wir hier? Fuck. Ich wusste, dass er ein Problem war. Die Sicherheit? Das kleine Scheiße. Das ist kein Weg zu sprechen über einen Regierungsagenten. Wir wissen immer noch nicht, wer das ist, ne? Das ist schon echt spannend, oder? Das ist ein kaputte Stuhl, den wir gesehen haben. Warte, Kamerade. Sozialismus wird sich nicht selbst verbinden. Fuck. Du wirst nicht wissen, wer du mit einem Kind schraubst. Oh, aber ich mache es. Ich habe viel Zeit zu wissen, Thomas. In fact, du bist ein kleines Projekt von mir. Oh, ja. Was ist mein Speedo? Funny guy. Oh, ich liebe das. Du möchtest auch, Kamerade? Fuck, du. Wir spielen ein Spiel. Es heißt, What Makes Thomas Tick? So, die Nazis haben dich in Warsaw gefunden, als du, was, 3 Jahre alt? Oh, sie werden dich töten. Aber sie haben nicht. Nein, sie haben dich gesehen, und sie haben dich gewonnen. Und sie wollten das. Aber dann... die Krieg. Das war das. In kommt der Heroik Red Army. Und... Sie locken mich ab. Für Jahre. Fuckin' Savages. Sie machen wichtiges Forschungszeichen. Find out, was es ist, das macht dich... ...special. Und was ist das genau? Ask deine Mutter. Du liebst es, nicht wahr? Schmerz die Leute, wie die Wissenschaftler. Was warst du? 18? Ich habe die Fotografie gesehen. Ich weiß, wie ein Mann zu schmerzen, aber ich muss sagen... Ich habe mich beeinflusst. Schau mal. Ich werde dir eine Live-Demonstration geben. Und da bist du. Freie am Ende, aber immer auf der Weg. Und schau dir, du hast fast geschafft. Aber du musst diese Macht wiederholen. Und auf wer? Auf dein beste Freund, Richard. Er hat es kommen. Ja. Ich weiß, du willst eine Revenge, ich verstehe. Ich würde alles für mein Kind, auch. Whatever es geht. Ich lasse meine Kinder aus. Kinder. Ja. 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 Wie viel Schmerz würdest du, um sie zu halten? Oder würdest du sie für sie verletzen? Oder würdest du sie für sie verletzen? Vielleicht deine Freiheit? Ich werde dich weg, du schmerz. Das war's, was ich dachte. Ich werde dich weg. Aber erst einmal, ich möchte, dass du mir alles über diese Macht haben. Dann schau dir das! Komm schon! Enough von dieser Scheiße! Halt mich! Ich dachte, du wirst nie fragen. Ich werde mich nicht mehr langziehen. Ich werde dich weglegen. Ich werde dich weglegen. Die nächste Zeit, du wirst wirst, Die wirkliche Angst beginnt. Ah, der Tobak! Aber? Wir wissen ja. Wake up, sleepyhead. Time's running out. Why don't you two? Here. Seat yourself. No! You sick fuck! Let me out of here! Let me out! They're still in there, Thomas. Will you show me now? I will. Conrad. Whatever it takes. Uiuiui. Den sollte man vielleicht nicht wütend machen. Fuckin' finally. I thought he'd never give us a chance. Okay. We gotta move fast. Okay. Thankfully, this place has a way of messing with the time flow. I still got a chance to save them. Okay, jetzt sind wir in dem Kopf drin. Schauen wir uns beim nächsten Mal an. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Tschüss. Und falls ihr Lust habt, abonniert den Kanal, hau auf die Glocke und seid mein Gast bei der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss. 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 Vielen Dank.